Musik Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Deutschen Schule Kito, wenn die Musik schweigt, fehlt uns ein Stück Menschsein. Aber fehlt uns denn in diesen Tagen die Musik? Wir haben doch als Konserve so gut wie alles, was wir an Musik brauchen und in einer exzellenten Qualität immer verfügbar. Jemand aber hat diese Musik gemacht, jemand hat sie interpretiert und uns zur Verfügung gestellt. Und Musik selbst zu machen und nicht nur zu hören, ist ebenfalls ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen Bildung. Und so haben wir trotz der schwierigen Zeiten und des Stillstands der öffentlichen Konzerttätigkeit für Sie ein Programm zusammengestellt, mit dem wir zeigen wollen, dass wir nicht aufgehört haben, Musik zu machen. Dass die Musik an der Deutschen Schule Kito nicht schweigt. Herzlichen Dank an die vielen Schülerinnen und Schüler, an meine Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Musik und Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Viel Freude mit dem Abschlusskonzert der Fachschaft Musik der Deutschen Schule Kito. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guten Abend, wir sind der Chor der sechsten Klassen der Deutschen Schule Quito unter der Leitung von Herrn Johannes Derin Ried. Wir singen für Sie heute den Kano, Viva la Musika von Michael Pretorius. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Hola a todos, nosotros somos el Choro de los Sextos Grados, dirigido por Johannes Derin Ried y hoy les vamos a presentar la canción Viva la Música. Viva la Música 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 Un saludo para todos. Somos estudiantes de los quintos y sextos grados del Colegio Alemán de Quito. Y vamos a interpretar la obra de la diría de Ludwin van Betchopen con instrumentos de vientos metales. Esperamos que les guste. Viva la Música 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 Amen. Amen. Guten Tag, mein Name ist Noah Schlenker. Im Namen der Gruppe der Musikinstrumenten aus den Anden der 5. Klassen A, C und D, K wollen wir Ihnen das Lied Juanito Uno nach dem Rhythmus San Juanito vorspielen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Hola a todos. Un saludo cordial del Grupo de los Instrumentos Andinos de los Quintos Grados, de los paralelos A, C y D, K. A continuación, tocaremos la canción Juanito, un ritmo San Juanito. Esperemos que les guste. Un saludo cordial del Grupo de los Instrumentos Andinos de los Quintos Grados Musik Alle zusammen einen herzlichen Gruß von der Instrumenten Gruppe der 5. Klasse mit den Paralelen B und D. Dann werden wir das Thema Longuita und Ritmo San Juanito presentieren. Ich hoffe, das gefällt euch. Hola con todos, reciban un cordial saludo del Grupo de Instrumentos Andinos del 5. Grado, de los Paralelos B y D. A continuación les presentaremos el tema Longuita en Ritmo de San Juanito. Esperamos que sea de su agrado. Musik Musik El Área de Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año con el tema musical Tequila. Muchas gracias. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año con el tema musical Tequila. Muchas gracias. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año Tequila. Tequila. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año concierto virtual de fin de año Tequila. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año Tequila. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año Es un cano. Esperamos que te guste. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año un cano llamado Señor Abate. Esperemos que les guste. El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año El Trompeta de los Sextos Grados presenta su concierto virtual de fin de año Son tiefe den Rimm, was die Zunge, was die Zunge, was die Untertitelung des ZDF, 2020 Der Jugendchor der Deutschen Schule Kito präsentiert zusammen mit dem Chor der 6. Klassen das Lied Singing All Together Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Singen macht Spaß, ja und singen ist geil 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 Singen uns harmon, ja und singen sind geil Untertitelung des ZDF, 2020 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 für die Big Band und diese Online-Koncierto zu unterstützen. Wir wollten diese Möglichkeit für unsere Professor Richard Hoffmann, der diese Band hat und unterstützt uns alle diese Jahre. Dieser wird unser letzte Koncierto für mich und für meine Freunde Gabriel García und Paula Benz. Wir wünschen ihnen alles gut in der Zukunft und wir werden sehr leid den resten der Band. Für heute werden wir zwei Songs, »E Turn Me a Thing« und »Back to Black«, und wir wünschen euch. Ganz kurz wieder auf Deutsch. Wir wollten heute besonders Richard Hoffmann danken und er hat diese Band gegründet und er hat uns immer unterstützt und geholfen. Er hat auch die Videos für heute zusammengesetzt. Wir haben dabei viel Spaß gehabt und wir freuen uns, teil dieses Online-Konzert zu sein. Wir werden heute für euch zwei Lieder spielen, »E Turn Me a Thing« und »Back to Black« und wir hoffen, es gefällt euch. Danke. Die Vidennuie in »Background« und »Back to Black« »Ich-Gerden, »Ich-Gerden» Ich-Gerden, »Ich-Gerden, »Ich-Gerden» Ich-Gerden, »Ich-Gerden, »Ich-Gerden«. I'm sorry to get high, and my tears dry Get on it, I'm my guide You came back to what you knew So far we moved from all that we went through Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 I go back to, I go back to us, I love you much, it's not enough, here you go, and I love both, and life, it's like a pipe, And I'm a tiny penny rolling upwards inside, we only say goodbye with words, I've had a hundred times, we'll go back to when I go back to, We only say goodbye with words, I've had a hundred times, we'll go back to when I go back to, Love, 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 love I go back to, I go back to We only say goodbye when words are met a hundred times You go back to and I go back to We only say goodbye when words are met a hundred times You go back to and I go back to Black It don't mean to think if we ain't gotta swing No, it don't mean to think All you gotta do is swing Doa, 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 doa Makes no difference if it's sweet or hot Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020